Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, herzlich willkommen zu diesem Video mit den astrologischen Tendenzen für den Monat März. Es wird ein romantischer Monat mit vielen schönen, liebevollen Momenten und so langsam machen sich dann auch die Frühlingsgefühle breit. Wir haben einen wundervollen spirituellen Neumond, allerdings wird der Merkur die meiste Zeit des Monats rückläufig sein. Da wird es in der Liebe auch manche Missverständnisse geben, so wie in diesen romantischen Komödien, wo die Verliebten die ganze Zeit aneinander vorbeireden, obwohl die sich doch eigentlich so sehr lieben. Wenn eure Gefühle Purzelbäume schlagen oder wenn ihr aus einem anderen Grund eine Beratung braucht, ganz persönlich für euch, dann könnt ihr euch natürlich vertrauensvoll an mich wenden, entweder über meinen Kundentelefon oder meine Homepage und die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Natürlich gibt es auch diesen Monat wieder eine Verlosung und da habe ich was ganz Besonderes für euch. Ich verlose schon mal vorab eins meiner neuen schriftlichen Horoskope, nämlich ein persönliches Jahreshoroskop mit den Tendenzen für die nächsten zwölf Monate. Das sind die sogenannten Transite und das ist ein super exklusives Geschenk, denn das gibt es im Moment noch nirgendwo zu kaufen, aber bald wird es online gehen und wenn es dann soweit ist, dann erfahrt ihr das natürlich sofort von mir hier oder im nächsten Livestream oder auch im Newsletter. Für den könnt ihr euch auf meiner Homepage anmelden. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung. Im Februar ein schriftliches Geburtshoroskop gewonnen hat, Sina Z. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sina. Bitte melde dich unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse und schreib mir deine genauen Geburtsdaten, dann bekommst du dein Horoskop. Jetzt wollen wir uns aber den Tendenzen für den März zuwenden. Die Sterne stehen sehr gefühlvoll, um nicht zu sagen emotional. Sie begünstigen die romantische Liebe und auch die Freude daran, anderen zu helfen. Es wird ein sehr guter Monat für alle Evolutionsagenten, denn wer beratend und helfend tätig ist und sich auskennt, dem fällt es leicht, denjenigen zu helfen, die etwas den Überblick verloren haben und sich sortieren müssen. Hilfe geben macht Freude und wird dankbar angenommen. Allerdings gibt es auch ein paar Fallstricke zu beachten. Der Merkur ist fast den ganzen Monat über rückläufig und das zeigt eine Tendenz zu Missverständnissen an. Und weil es im Zeichen Fische passiert, geht es dabei oft um subjektive Gefühle. Deshalb ist es wichtig, dass wir liebevoll kommunizieren und die Gefühle unseres Gegenübers respektieren und dass wir vielleicht auf den einen oder anderen Scherz lieber verzichten, der die Gefühle anderer verletzen könnte. Umgekehrt sollten wir aber auch genau hinhören, denn es besteht die Tendenz, etwas zu hören, was gar nicht gesagt worden ist. Die Konstellationen begünstigen Annahmen und Mutmaßungen und gefühlvolle Auslegungen dessen, was gesagt wurde. Außerdem neigen wir auch dazu, unsere eigenen Gefühle auf andere zu projizieren. Das Gute an so gefühlvollen Konstellationen ist natürlich, dass die Intuition, das Mitgefühl und die Fantasie stark angeregt werden. Wer künstlerisch arbeitet oder auch ein künstlerisches Hobby hat, wird viel Freude mit den Konstellationen haben. Jetzt wollen wir den Monat im zeitlichen Ablauf durchgehen und dabei erzähle ich euch auch was über die betreffenden Konstellationen. Die Sonne steht natürlich in den Fischen Anfang März, das ist ja sicherlich bekannt und auch bei den anderen, bei den großen Planeten hat sich jetzt erstmal nichts geändert. Saturn steht im Steinbock, Pluto steht im Steinbock, Jupiter steht im Schützen. Ganz wichtig, Uranus wird in diesem Monat endgültig in den Stier wechseln, da komme ich gleich noch zu. Der Merkur steht ebenfalls in den Fischen und Chiron ist ja jetzt im Widder und neben der Sonne steht der Neptun. Und gleich zu Beginn des Monats wechselt die Venus hier ins Freundschaftszeichen Wassermann, wo übrigens auch die Lilith steht, und befindet sich dann gleich in einer Spannung zum Uranus. Das bedeutet, das Thema Freundschaft in Kombination mit Liebe aus dem Februar setzt sich hier weiter fort. Es ist sehr wichtig, dass wir mit Menschen, die wir leidenschaftlich lieben, auch eine freundschaftliche Basis haben, auf der man zusammen lachen kann, wenn die Gefühle vielleicht hohe Wellen schlagen. Dieser Aspekt kann auch eine spontane Trennung anzeigen, die man vielleicht hinterher bereut. In den ersten Tagen des Monats sollten wir also versuchen, Situationen mit viel Humor zu sehen und nicht alles so persönlich zu nehmen. Das gilt erst recht für diejenigen unter uns, die gerne Karneval feiern, denn der Höhepunkt des Karnevals fällt in die Tage bis zum 5. März. Wie passend, dass dann am Aschermittwoch am 6., wenn alles vorbei ist, auch gleichzeitig der Neumond ist. Und das ist ein ganz besonderer Neumond. Er steht direkt in Verbindung zu Spiritualitätsplanet Neptun. Und wir können diesen Neumond nutzen, um die besonderen Kräfte Neptuns ganz persönlich zu erfahren. Und Neptun steht ja für Spiritualität, Romantik und die selbstlose Liebe, die uns motiviert, anderen zu helfen. Es ist also ein sehr spiritueller Neumond, ideal für alle, die gerne eine Neumond-Meditation abhalten und auf dem spirituellen Weg sind und auch für diejenigen, die sich als Helfer und Evolutionsagenten einsetzen. Und es ist auch ein sehr romantischer Neumond. Aber das ist noch nicht alles. Am Neumondtag wechselt Uranus dann endgültig in den Stier, nachdem er zuvor noch mal für einige Monate in den Witter zurückgelaufen war. Und das ist ein starkes Signal für Erneuerung und Neuanfang, was ja ebenfalls Thema des Neumonds ist. Wenn ihr mehr über Uranus im Stier wissen wollt, schaut euch doch dazu noch mal mein Special an. Es heißt Wind des Wandels. Schwieriger ist diese Konstellation für alle, die sich in diesen Tagen auf ganz weltliche und praktische Belange konzentrieren müssen. Zumal eben auch direkt am Tag vorher, also in der Neumondphase, der Merkur in den Fischen dann rückläufig wird. Wir sollten uns nicht wundern, wenn wir rund um den Neumond ein bisschen verpeilt sind. Die Sterne begünstigen die rechte Gehirnhälfte, wo die Intuition und die Gefühle zu Hause sind und das Empfinden dafür, wie alles mit allem verbunden ist. Die linke Gehirnhälfte, wo die Logik und die Details und die intellektuelle Anstrengung verortet wird, tut sich dann schwerer. Deswegen ist es vermutlich anstrengend, wenn man sich mit Einzelheiten, Berechnungen und organisatorischen Angelegenheiten befassen muss. Der Merkur bleibt dann rückläufig bis zum 28. März und bewegt sich dabei die ganze Zeit durch das Zeichen Fische. Das heißt, die Tendenz, sich in Gefühlen zu verlieren und im Denken eher nebulös zu sein, hält den ganzen Monat über an. Das sollten wir berücksichtigen. Die erste Woche des Monats kann ganz schön bewegt werden und sich teilweise wie ein Flug mit Turbulenzen anfühlen. Danach beruhigt sich aber die Lage wieder, denn wir bekommen viele schöne und versöhnliche Aspekte, die uns auch helfen, unsere Beziehungen und auch unsere Arbeitsvorgänge zu stabilisieren. Der Mars steht ja jetzt im Stier und bildet mehrere gute Aspekte zu den großen Playern Saturn, Neptun und Pluto und dann später im Monat bildet auch der Merkur günstige Aspekte. Und das ist so in der Zeit vom 9. bis zum 20. März der Fall und das heißt, dass wir dann in dieser Phase durchaus produktiv sein können und einiges zustande bringen werden. Also deswegen nicht verzagen wegen dem rückläufigen Merkur. Wichtig ist halt, dass wir uns To-Do-Listen schreiben und unsere Termine sorgfältig im Kalender eintragen. Eben alles, was so nötig ist, damit man nicht in die Falle des rückläufigen Merkur tappt. Und wenn mal was schief geht, dann sollten wir großzügig und mit Humor reagieren. Im Allgemeinen sind wir im März eher auf Schmusekurs als auf Krawall gebürstet. Das Schwierigste sind in diesem Monat eher so Emotionen wie persönliches beleidigt sein, betroffen sein, verletzte Gefühle und solche Dinge. Das habe ich ja am Anfang schon erwähnt und da kann man vorbeugen, indem man respektvoll und liebevoll miteinander umgeht. Noch ein Wort zum finanziellen und beruflichen. Natürlich ist klar, dass man mit rückläufigem Merkur möglichst vermeiden sollte, wichtige Verträge zu unterschreiben. Wir sollten grundsätzlich mit finanziellen Angelegenheiten vorsichtig sein, denn es besteht die Tendenz, dass man entweder zu viel in eine Sache hineininterpretiert und sie für besser hält, als sie wirklich ist oder dass windige Geschäftemacher versuchen, uns mit unrealistischen Versprechen über den Tisch zu ziehen. So mancher ist mit betrügerischen Absichten unterwegs, also Vorsicht. Auch beim Einkaufen mit scheinbaren Schnäppchen lieber aufpassen. Aber ich muss sagen, dass wir zwischen dem 15. und 20. März einige gute Merkur-Aspekte haben. Wenn es sich also nicht vermeiden lässt, dann bitte Anschaffungen oder Verträge in diese Zeit legen. Da wird der Merkur gut stabilisiert. Am 20. März um 22.58 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Widder. Das kann man eben immer ganz genau im Kalender feststellen. Dann ist die Sonne hier auf 0 Grad Widder und dann ist auch Frühlingsanfang. Und der findet ja auch immer Eingang in unsere regulären Kalender. Da haben wir dann noch so ein bisschen Astrologie im Kalender. Denn der Frühlingsanfang ist jedes Jahr dann, wenn die Sonne exakt in den Widder geht. Und das ist eben dieses Jahr um 22.58 Uhr. Und das ist dann einer der vier wichtigsten Wendepunkte des Jahres, nämlich die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Das ist eine spürbare Veränderung der Stimmung. Ihr werdet einen Anstieg des Energielevels bemerken, eine Lust rauszugehen und aktiv zu werden. Und wenn ihr im Laufe des Monats eine neue Romanze angefangen habt, bekommt ihr Lust auf Sex und Erotik. Nur wenige Stunden später, nämlich am 21. März dann um 2.42 Uhr morgens, haben wir den Vollmond in den Zeichen Widder und Waage. Ein weiteres Indiz dafür, dass es jetzt um Beziehungen und Begegnungen geht. Zumal dann auch gleich Venus und Mars in eine lustvolle Spannung miteinander gehen und die erotische Leidenschaft anheizen. Da setzen dann mit einem Schlag die Frühlingsgefühle ein. Allerdings gilt auch hier wieder, dass wir Rücksicht auf die Gefühle der Beteiligten nehmen sollten. Denn die Sonne verbindet sich dabei auch mit Chiron, der ja jetzt im Widder steht. Und das bedeutet, wir können uns oder andere mit unbedachten Aktionen seelischen Schmerz zufügen. Oder uns können durch Begegnungen alte Wunden nochmal bewusst werden. Das ist aber noch nicht alles. Es kommt auch noch zu einem Göttinnentreffen zwischen der Venus und Lilith und gleich darauf bildet der Mars einen leidenschaftlichen Aspekt zur Lilith. Es geht also hoch her in der Liebe und unseren Beziehungen und ich erwarte einige sehr heiße Tage zwischen dem 20. und 25. März. Also ich denke mal, da wird so manche wilde Affäre gestartet. Und wenn wir da nicht aufpassen und vielleicht auch leichtsinnig werden, dann kann das zu verletzten Gefühlen führen. Es gibt aber Hoffnung auf ein Happy End, denn die Venus wandert am 26. März in die Fische, wo sie besonders günstig steht und ihre verbindenden und liebevollen Kräfte gut entfalten kann. Sie bildet dann einen schönen Freundschaftsaspekt zu Uranus. Und eine eventuelle Liebesproblematik vom Anfang des Monats kann dann zu einer liebevollen Lösung kommen. Am 28. März im Laufe des Tages wird der Merkur wieder direktläufig und dann haben wir noch eine Karma-Konstellation mit Pluto, der sich hier mit dem absteigenden Mondknoten verbindet. Das ist sehr wichtig und was das bedeutet, habe ich ausführlich in meinem Mondknoten-Video besprochen. Schaut euch das doch bitte nochmal an. Es heißt, finde deine Heimat. Zum Schluss des Monats haben wir noch einen super wichtigen Zeichenwechsel. Da geht nämlich der Mars aus dem Stier in die Zwillinge, was dann die turbulenten Frühlingsgefühle noch mehr beschleunigt. Darauf gehe ich dann in meinem Video für den April genauer ein und das erscheint ja schon um den 20. März herum. Also, soweit meine Gedanken zu den Konstellationen im März und wie sich die Konstellationen für die Sternzeichen auswirken. Das erfahrt ihr dann in meinem langen Video für alle zwölf Sternzeichen. Das war meine astrologische Prognose für den März. Für eine persönliche Beratung zu eurem Horoskop könnt ihr mich jederzeit kontaktieren, entweder direkt über meine Homepage oder auf meinem Kundentelefon. Und alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Auch wenn das Jahr schon angefangen hat, lege ich euch nochmal mein Jahrbuch ans Herz, denn da könnt ihr einfach alles, was wichtig ist, jederzeit nachschlagen. Vor allem auch die Geburtstagskinder, die besondere Aspekte empfangen. Und ihr erfahrt, was die Planeten das Jahr über so machen, wann sie das Zeichen wechseln und so weiter. Sehr nützlich. Ich schreibe euch die Links zu bestellen unten in die Videobeschreibung und ihr findet die Infos auch auf meiner Homepage. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 29. März. Das hatte ich leider im letzten Video falsch angesagt, also nicht der 30. sondern der 29. März um 18.30 Uhr. Und da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Und danach gibt es wieder einen Termin am Freitag, den 12. April. Und wir kommen zur Verlosung. Da gibt es ganz exklusiv mein neues Transithoroskop zu gewinnen, also eure persönlichen Planetentransite für zwölf Monate. Das heißt praktisch ein schriftliches Jahreshoroskop. Das gibt es noch gar nicht online zu kaufen, aber ihr werdet es demnächst online bestellen können. Natürlich erfahrt ihr als Erste, wann es herauskommt. Um an der Verlosung teilzunehmen, braucht ihr mir hier nur einen netten Kommentar zu posten und meinen Kanal zu abonnieren oder das Video zu teilen. Ich freue mich, wenn ihr mir dabei helft, mehr Leute zu erreichen. Das Kanalabo hat auch den Vorteil, dass ihr automatisch erfahrt, wenn ich neue Videos hochlade. Also einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Eintritt von Uranus in den Stier solltet ihr euch unbedingt nochmal mein Video Wind des Wandels anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wichtig sind auch die Video-Specials über Chiron im Widder und den Mondknoten im Krebs. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen!